Hallo und jetzt kommen hier wieder bei New Journal Review sollte mal wieder mit einem neuen Video gleich am Anfang ein Versprecher Jey Prozent wie zu können wieder ist auch schon Skröpfeer beziehungsweise ich zog es wieder ja es war schon Dings sagt um wir haben das mit dem Zündchen trittschen zu Demonstration dahinten Morsi um zu mir 6 sie geilen Mission jetzt singen die Wien da und davon kommt ein dieses Schiff Uri 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 ich muss man gucken wo ich lieber um dann muss das scheißen herrschende Foss er reisegeschwindigkeit Mord die Klinik mit Lofen das Führer Sättigung so gut ist also das aussehen von Sessenskrieg weil ich das alles umgestellt so und ich bin ich kann ach du scheiße Junge das ist so groß das kann ich angreifen die Brick aber was will mir auch nicht so viel bringen beziehungsweise ich will dann direkt vorn im Kriegsschiff kaputt gemacht so holl ich schon sagen auf das Kurs um den Führernrohr Mörser geschossen immer noch wie kann ich verkackte Mörser geschossen abwiesen im Allemann könnt ihr in die Kommentare schreiben wenn mir ist es wie ich will sein Schuss und Verschieße du musst es nicht mehr machen wenn das in der Space vorbei ist nur so gesagt das ist jetzt welchen Mieter später kommen oh mein Gott Heinrich erschreckt Bruder von uns uns im Krokoblasen mieter mieter ich freue mich jetzt gerade dort ansehen Keil Hey Oh, ich hab gestartet Spürst du es, Adi? Nur einen Moment rennt uns vom größten aller Schätze Ich spüre nur heißen Wind in den Ohren, Captain Komm schon, Mann Wenn wir diesen Schatz finden, haben wir ausgesorgt Allesamt, zehnfach sogar Wie du meinst Ahoy, Roberts Wir werfen Anker und sehen unser Land Du wurdest verfolgt, Captain Kenway Die Frage ist nur, wie lange schon? Hornigold Rennen sollte Safarizer Erledige deinen Freund lieber schnell, Captain Bevor ich mein Wohlwollen noch bereue Okay Jo Captain, denk lieber nochmal nach, was du hier tun willst Was hast du wieder zu nörgeln, Adi? Es ist Ben Hornigold, der uns Kiel holen will Oh, der Verräter muss sterben Doch was dann? Bist du wirklich überzeugt, du verdienst das Observatorium mehr als er und seine Templer? Nein, nicht ganz, das muss ich auch gar nicht sagen Plus wenn dir was besseres einfällt, um Gottes willen raus damit Dann abschiede dich von Roberts Hol die Assassinen Bring sie her Und lass sie das Ding beschützen Oh, ich bringe sie her Ich bin bereit, dass wir das Ding bringen zu lassen Komm schon, ist Feuer That was close Aua Aua Die Spanier Die Spanier Männer Feuer Feuer Komm noch rein Feuer Ja 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 Jetzt ist er schon an den Start Ah Und an, an, an Hab's vergessen An Bord gehen Zum Enter Was jetzt mal so als Info So mitbringen will So Von Bethany Ähm Wie sähe es bei euch aus, wie würdet ihr finden Es Es ist das Spiel Ähm Final Fantasy Wollt ihr das mal sehen? Oder nicht? Ich würde das bestimmt mal in anderen Part sagen, beziehungsweise in anderen Let's play Ich würde das Half Night Robo 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 Rookie Ähm, also wie steht der nochmal in an Fantasy Final Fantasy Hätte ich auch richtig Bock darauf irgendwie PlayStation 9 1 gezockt Deswegen, ich hatte auch richtig Bock drauf Was würde dann so ein ganz Jahresprojekt sein, sozusagen Das würde dann Ich würde Wo 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 Das würde dann circa 4 Monate dauern, das Let's Play, allgemein. Ach, ich kann gar nicht erinnern, das Kämpfen konzentrieren. Ähm, wie würde ihr dazu stehen? Ich werde natürlich alle Assassin's Creed, Let's Play, Let's Play, so ein Scheiß vorführen. Nur, dass er so ein noch Einzug, also da jetzt drei durchgehend. So Final Fantasy, so Projekt, dann Arnolz Haupthauptprojekt. Also, das wäre dann Final Fantasy als Haupthauptprojekt und die anderen halt die Spiele, die ich entzocken würde, als Hauptprojekt. Also, ihr habt dann nur ein Video mehr. Wer würde das finden, wenn ihr das lasst? Würdet ihr das feiern, oder? Habt ihr überhaupt gar keinen Bock auf Final Fantasy, weil sonst zeige ich das dann alleine mit mir selbst zusammen. Ich zack das mit mir selbst, ja. Wenn sie irgendwie an, als wenn die, wenn ich mir irgendwie einschlackern würde, oder so. Ich mache es dann mit mir saubst. Ach, das ist ein kleines Schiff. Pam. Come on. Und entern. Yeah, entern. Guck mal, wie da alles ins hin abfliegt. Hier benutzen. Nein. Ich will das benutzen. So, wo war ich dann da hinten? Man sieht ja schon sau viele. So. Yeah. Ich hab fünf gekillt. Naja. Ich glaube, wir kommen da nicht rüber, oder? Nein. Das war so knapp. Das war ehrlich so knapp. Ey, Digga. Tot. Ey. Leute, wie der da sitzt. Beziehungsweise hängen. Und. Noch ein. Noch ein. Yay. Noch ein. Boah, läuft die gerade? Der hat uns Wasser angefallen, da kann ich nicht schwimmen. Und ich repariert, glaube ich, immer mein Boot. Mein Schiff. Mein Schiff. Nicht Boot. Mein Schiff. Ja. Ich glaube, reparieren. Ich glaube, ich sollte die kleinen Schiffe eigentlich alle gar nicht. Ich mach den aber jetzt. Ich hab nicht jetzt Lust darauf. Ich hab grad nachgeguckt, ob ich ehrlich mein Mikro drin habe. Oder nicht. Oh mein Gott. Was ist da los? Ah, ich muss da lang. Da hinten ist das Schiff. Ich muss aber mein, mein, wow. Mein Stativ umsteigen. Was ist das denn für ein Schiff? Boom. Boom. Keine Wabonga. Und kaputt. Komm, ich will jetzt entern. Komm, ich will die jetzt, äh, entern. Ja, da. Komm, los. Dann kommt das Enternzeichen. Und. Hallo. Hallo. Ich möchte euch gerne entern. Darf ich das nicht? Ich will die jetzt entern. Ich will die nicht zerstören. Ich will die jetzt entern. mal, die dreht sich mit mir. Geht's von. Da, zum Entern heinen. Yay, entern. B benutzen. B benutzen. Und hier, pam. Habe ich nicht gekillt. Also, da ist noch einer. Und das Fass. Pang. Hier auch nochmal. Da kommen jetzt alle raus. Kann ich eigentlich auch so einfach so. Wenn ich treffen würde. Komm, ich versuch jetzt mal gar nicht auf das Schiff drauf zu kommen. Ja, guck mal. Ich hab das sogar ohne auf das Schiff drauf zu kommen. Ich bin so ein Pro. Ich bin so geil. Okay, das hat sich gerade falsch angehört. Okay. Was soll mit dem Schiff geschehen? Ich hab voll, ich hab voll life. Da, wo, äh. Muss ich nicht viel reparieren. Das ist. Da muss ich echt nicht viel reparieren. Deswegen. Oh ja, ich hab voll life. Ich hab voll life. Wir haben jetzt alles, was wir brauchen, um das Schiff zu verstärken. Warte, kann ich mein Schiff irgendwie... Popas, komm. Nein, das kann er nicht. Das muss ich auf jeden Fall Benjamin aufspüren. Wo ist denn der liebe Benjamin? Wo ist ein bisschen Schoner? Wo ist noch einer? Oh, ein Schoner. Wie weit geht das denn? Warte, scheiße. Warte, was wir hier irgendwo sind. Das ist ein Schoner. Ich glaub, das tut mir auch nichts. Unterfüllt dem du was? Digga, hier. So. Jetzt. Kommt uns erschrecken. Da war ich gleich in Kanten und Bekanntheits gerade runter. So. Direkt schon geschafft. Das ist ja mit der Kanone so leicht. Ne, geh ich gerade so. Ich benutze es zwar schon öfter, aber keine Ahnung, warum ich die vorher nicht geschafft habe. Jackdoll ist nicht so... Bekanntheits gerade verringern. Das brauche ich jetzt noch mehr als erstes. Kommt mit, oder sterbt. So. Ihr habt den Käpt'n gehört, los! What? Und? Feuer! 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 Feuer!